Das heutige Video wird euch präsentiert von BingX. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-Traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Mittwochsvideo. Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben heute jede Menge zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Isocoins haben geil performt die letzten Stunden. Sehr, sehr schön. Endlich. Außerdem alle Augen auf die Fed heute Abend. Heute gibt es wieder einmal eine Pressekonferenz, bei der der nächste Zinssatz bekannt gegeben wird. Und es wird natürlich gemunkelt. Wir gucken uns mal an, was der Großteil des Marktes gerade denkt und erwartet. Außerdem eine Analyse zu XRP. Wie wird es jetzt weitergehen? War das vielleicht der Befreiungsschlag und jetzt geht es direkt auf 589? Ja, werden wir uns ansehen. Noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was jetzt eigentlich bei Iso abgegangen ist. Welche Projekte dazu gehören? Und natürlich ein ausgiebiges Ripple XRP Update. Also, ihr dürft euch heute auf eine etwas längere Ausgabe freuen. Macht euch mal eben einen Kaffee, lehnt euch zurück und los geht's nach dem Intro. Ja, CryptoFamily, wo wollen wir anfangen? Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit Bitcoin. Bitcoin hat die 28.000er Marke wacker gehalten, zudem die Marktdominanz deutlich erhöht. Mittlerweile schon 46,2%. Sehr, sehr stark. Und wir sehen einfach, dass momentan die Angst in den Märkten zu spüren ist. Viele Leute haben Angst, dass weitere Banken fallen oder eben auch die Zinsentscheidung negativ für die Banken ausfällt. Demnach nachvollziehbar, dass viele zunächst einmal irgendwie einen sicheren Hafen suchen. Und es ist wundervoll zu sehen, dass Kryptowährungen, aktuell vor allem Bitcoin, aber zukünftig sicherlich auch noch einige andere Kryptowährungen, ja, diese Zuflucht sind. Ich bin der Meinung, dieses wankende System ist ja der Grund, warum Bitcoin von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen wurde. Und der Grund dafür, dass man eben diese Alternative geschaffen hat und dass dieses System ja bröselt, das ist eigentlich sehr, sehr gut für uns. Dennoch bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt in naher Zukunft entwickelt. Und heute Abend ein sehr wichtiger Tag. Warum eine Zinspause ein Krisensignal wäre, heute Abend wird die Fed mal wieder eine Pressekonferenz geben, auf der sie bekannt gibt, wie sie sich bezüglich des Leitzins verhält. Nach den jüngsten Bankenturbulenzen steht die US-Notenbank vor einer schwierigen Entscheidung. Erhöht sie die Zinsen weiter oder nicht? Eine Zinspause könnte allerdings schwerwiegende Folgen haben. Kleiner Zinsschritt oder Zinspause? Das ist die Frage, wie die Fed und die Märkte zur Wochenmitte umtreibt. Die Notenmenker um Jerome Powell stehen heute Abend vor einer schwierigen Entscheidung. Schließlich haben die Märkte in den vergangenen Tagen schmerzhaft zu spüren bekommen, was passiert, wenn die US-Notenbank das tut, was eben nötig ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Problematik ist also folgende. Erhöht man die Zinsen, also macht es für Banken teurer, sich Geld zu leihen, dann seht ihr, was mit den Banken passiert. Und das hat natürlich indirekt oder auch direkt auch Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft. Wenn man aber die Zinsen nicht erhöht, dann hat man eben eine weitere Inflation und die Bürger und Steuerzahler müssen halt quasi dafür bluten. Sehr, sehr schwierige Entscheidung. Von daher gehen 85% der Marktteilnehmer davon aus, dass etwa um 0,25%-Punkte erhöht wird. Also erhöhen ja, aber eben nicht irgendwie 50 Basispunkte, sondern wenn überhaupt eben 0,25%-Punkte, also 25 Basispunkte. Ich werde das Ganze heute Abend live verfolgen. Wenn ihr Lust habt, das ebenfalls mitzuverfolgen, kommt sehr gerne zu Telegram oder bei Twitter vorbei. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Zuletzt sind die Annahmen der Experten ja größtenteils immer so eingetroffen. Sollte allerdings doch wieder erwarten, vielleicht doch um 50 Basispunkte erhöht werden. Wow, könnte das natürlich extreme Konsequenzen für den Markt haben. Los geht's in etwa 8 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, dass ab 18 Uhr das Ganze dann eben losgeht. Ja Freunde, heute ist es mal wieder soweit. Nach langer, langer Zeit kann ich euch endlich wieder FFDK Steelplates anbieten. Für alle, die vielleicht in den letzten Monaten neu dazugekommen sind zum Kanal. Wir haben ein eigenständiges Produkt vor einigen Jahren entwickelt und haben Stahlplatten aus V4A Stahl entwickelt, auf denen ihr eure Seed, also eure Sicherheitswörter, die ihr zum Beispiel bekommt, wenn ihr euren Ledger einrichtet oder ein anderes Hardware Wallet. Da könnt ihr dann eure Wörter eingravieren und sie so in Feuer schützen, so wie vor anderen äußeren Einflüssen. Wir sind zum Beispiel mal spaßeshalber mit einem Bus rübergefahren und ihr seht, man konnte danach immer noch die Wörter lesen. Das ist also für die meisten, die mit einem Hardware Wallet arbeiten, wahrscheinlich eine einmalige Anschaffung und dann habt ihr sie auf jeden Fall sicher verwahrt. Der Ausverkauf-Banner wird im Laufe des Abends verschwinden, wir werden die Stocks wieder erhöhen und demnach sind sie ab heute wieder verfügbar. Ich empfehle meiner Crypto-Family aber noch einen kleinen Moment zu warten, denn ab nächste Woche gibt es eine geile Osteraktion, dürft ihr euch drauf freuen. Ja, Oster anscheinend für einige Hodler gestern schon begonnen zu haben, denn XRP hat das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder richtig gut performt. Wir waren kurz vor der 50-Cent-Marke und wirklich richtig, richtig nice, insbesondere weil wir ja gerade im letzten Video darüber gesprochen haben, wird irgendetwas passieren, nachdem ISO 20022 scharf geschalten wird und direkt danach ist nichts passiert, aber eigentlich so etwa 24 Stunden später gab es die ersten Bewegungen und neben XRP, Stellar Lumens und Algorand hat auch Cardano richtig schön nachgelegt, 10% freut mich sehr. Jedoch muss man ehrlicherweise zugeben, ist das natürlich für den Moment rein subjektiv wahrgenommen eine richtig, richtig geile Performance, aber wir haben ja schon die letzten Monate einiges liegen lassen müssen und auch beim letzten Bullrun nicht so wirklich geil performt. Deshalb glaube ich, ist da noch einiges an Luft drin. Bevor wir uns gleich die Artikel und die News dazu anschauen, aber eine kurze Chartanalyse. Gestern war der größte XRP-Ausbruch seit April 2021. Damals hatten wir an einem Tag 32,85% und besonders ist auch, dass wir da nicht aufgehört haben, sondern dass es da nach etwa Seitwärtsbewegung auch noch weiter bergauf ging. Kann natürlich gerne nochmal so kommen. Dieses Mal hatten wir nicht ganz 32,8%, sondern wir hatten nur 32,4%, aber nahezu identisch zu dem letzten großen Ausbruch. Und mich würde es natürlich ungemein freuen, dennoch sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Da sind wir ehrlich, wir haben schon sehr viel liegen lassen die letzten Monate, die letzten Jahre. Selbst im letzten Bullrun, wo Bitcoin doch ziemlich beflügelt war, ist bei XRP relativ wenig gelaufen. Von daher müssen wir uns mal anschauen, wie das Ganze am Ende ausgeht. Rein charttechnisch gibt es hier auch noch einige Dinge zu berücksichtigen. Und zum einen war gestern Neumond, dementsprechend haben wir dort auch das Peak gesehen, würde also ganz gut reinpassen. Klar wissen wir auch, dass es manchmal noch einige Tage Karenz gibt und eventuell noch ein weiterer Peak kommt. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt vielleicht erst einmal ein größerer Move war und wir dann eventuell in eine Seitwärtsbewegung verfallen oder vielleicht sogar in die Korrektur. Warum? Wir sind zwar durch die 44-Cent-Marke gekommen, das ist hier die gelbe Linie, die war sehr, sehr schwierig zu durchbrechen, falls ihr es gestern gesehen habt, aber wir sind direkt bei demnächst höheren Widerstand erst einmal rejected worden. Das seht ihr anhand der grünen Linie. Das heißt etwa so bei 48 Cent. Dementsprechend müssen wir jetzt rein charttechnisch mal abwarten, wie es hier weitergeht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, kurz vor 1, ist es also so, dass wir hier leicht runter sind unter der gelben Linie und wir müssen mal schauen, ob die 44-Cent-Marke hält. Wenn ja, und wir uns hier vielleicht so ein bisschen seitwärts stabilisieren, könnte es natürlich sein, dass wir noch einen weiteren Ausbruch erleben. Ansonsten sollten wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Es kann natürlich auch sein, dass es hier nur ein kurzer Ausreißer, ein kurzer Test war. Dennoch muss ich zugeben, hat es sich sehr, sehr gut angefühlt, nach so langer Zeit des Winterschlafs mal wieder ein Lebenszeichen zu sehen von XRP. Und wenn es nach mir geht, darf es gern so weitergehen. Und Grundlagen dafür sind ja auch gegeben. So hat zum Beispiel jetzt Swift etwas rausgehauen, was ich sehr interessant fand. ISO 20022-Koexistenz beginnt und eröffnet neue Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zahlungen. Koexistenz, sehr interessantes Wort hier drin. Erst einmal, der Standard für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der Messaging-Standard der Banken, wurde jetzt quasi umgestellt. Allerdings gibt es jetzt zwei Versionen, die genutzt werden können. Zum einen den alten MT-Standard, der wird auch noch weiterhin benutzt bis zum November 2025. Und eben der neue MX-Standard. Also der MX-Standard läuft jetzt erstmal parallel und dann irgendwann wird eben alles umgemünzt, nur noch auf diesen MX-Standard. Das Ganze wird aber, wie gesagt, noch dauern bis Ende 2025. Interessant war allerdings das hier. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit der Zahlungsbranche zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zu erschließen, während die Institutionen die ISO 20022 vollständig übernehmen und von ihren reichhaltigen, strukturierten Daten profitieren. Für alle ganz kurz zusammengefasst, der neue Standard sorgt vor allem dafür, dass es deutlich mehr Daten gibt in jedem Datensatz, in jeder Transaktion. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft für die Banken. Da sie von Koexistenz sprechen, kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Partner interessant sind für sie. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja am Ende gar keinen tödlichen Kampf zwischen SWIFT und Ripple, sondern vielleicht kann man hier irgendwie auch koexistieren. Ich habe einen interessanten Artikel mit einer Liste von ISO 20022-konformen Kryptowährungen entdeckt und da habe ich auch ADA drin gefunden. Also Cardano wird ja auch aufgeführt. Und das würde natürlich auch Sinn machen, warum Cardano ADA auch ein bisschen performen konnte. Allerdings muss man ganz klar sagen, diese Konformität kann wahrscheinlich nahezu jedes Krypto-Projekt, im Prinzip ist es ja nichts anderes, als quasi eine Schnittstelle zu bilden, dass man auch diesen Messaging-Standard akzeptiert. Und das kann wahrscheinlich früher oder später jede Kryptowährung, die zumindest mit Zahlungen arbeitet. Aber interessant ist dafür eher für mich zumindest Ripple und StellarLumens, weil die beiden den sogenannten Standard Body bilden, was natürlich nochmal ein anderes Paar Schuhe ist. Wer mir ein bisschen zu kurz kommt, aber eigentlich eine extrem wichtige Rolle spielt, ist Xynthin bzw. XDC. Die seht ihr hier in dieser Map und diesen ursprünglich mal aus Quorum entstanden, also aus einem Vorgang-Quorum und wurden dann erstmal auf der Ethereum-Blockchain als ERC20-Token implementiert. Und irgendwann gab es dann mal das Mainnet und daraus hervor geht jetzt der XDC-Token. Dieser XDC-Token ist direkt verbunden mit Corda. Und Corda wiederum, wie ihr schon seht, ist das Herzstück von ISO 20022 entstanden aus einem riesigen Konsortium von über 350 Mitgliedern, die gemeinsam R3 bilden. Das heißt, wir haben hier also eine sehr, sehr wichtige Plattform, ein Netzwerk, das alles miteinander verbindet und das auf Basis von XDC läuft. Also von daher glaube ich, ist ziemlich großes Potenzial da, zumindest zu Beginn. Die werden vielleicht auch noch weitere Projekte mit einbinden, aber aktuell zumindest, das ist jetzt ein Artikel aus 2020, also schon veraltet, aber trotzdem interessant, wird XDC verwendet von Corda. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Ding, das man sich mal anschauen sollte, zumal sie auch auf anderen Maps immer wieder auftauchen. Und ihr seht neben den Projekten, die wir gerade angesprochen haben, auch noch viele weitere. Algorand zum Beispiel in den letzten Stunden ja auch ein bisschen was gut gemacht. Und auf einige andere Projekte warten wir halt noch. Quant zum Beispiel momentan noch relativ verhalten, Constellation und Iota ebenfalls. Und auch HBAR hat jetzt noch nicht so wirklich reagiert, aber wir sehen hier auf jeden Fall, wie das neue Netzwerk miteinander verbunden sein könnte. Und das kann dann natürlich unabhängig von XRP und XLM für viele andere, wahrscheinlich auch für Ethereum und auch für viele Firmen, wie meinetwegen IBM, ConsenSys, JP Morgan und so weiter, viele, viele Vorteile mit sich bringen und ganz neue Geschäftsfelder. Und wir sind ja jetzt gerade ganz am Anfang. Jetzt wurde das Ganze hier erstmal scharf geschalten, dann gibt es eine Implementierungsphase und es gilt eben abzuwarten. Wir hatten heute auch eine interessante Unterhaltung am Crypto Talk. Da ging es unter anderem darum, dass Bitcoin verhältnismäßig nachhaltig performt. Also wenn man da mal zurückblickt, hat er sich eigentlich über die vier Jahreszyklen hinweg immer besser entwickelt und da gebe ich euch hundertprozentig recht. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass die wahrhaftige Entfaltung der wahren Potenziale erst dann kommt, wenn wir einen sogenannten Utility Bullrun erleben. Also einen Bullrun, bei dem wirklich Anwendungen und quasi Lösungen für die Realwelt eingesetzt werden. Und dann wird sich zeigen, welches Projekt wirklich viel Nachfrage hat, welches Projekt besonders viel genutzt wird. Und dann wird sich meiner Meinung nach auch entscheiden, welche Projekte sich rein kurstechnisch richtig geil entwickeln werden und welche eben nicht. Aktuell sehe ich zum Beispiel Ethereum mit der größten Utility, die wir jetzt aktuell erleben. Denn ich glaube, es gibt keine Plattform, die so viele Entwickler hat, so viele Debs, die darauf laufen. Und viele Menschen, die bereits auf Basis von Ethereum ihr tägliches Geschäft abwickeln, ihre Firmen aufgebaut haben und alles. Also da hat sich schon eine richtige Ökonomie entwickelt und dementsprechend gibt es natürlich auch immer wieder Nachfrage nach Gas, also nach Ether. Man braucht halt Ether, ob man das Projekt nun mag oder nicht. Wenn man darauf arbeiten will als Firma, wenn man damit hantieren möchte, muss man halt auch die Gebühr bezahlen. Und je größer die Nachfrage nach den Anwendungen ist, desto besser für das Projekt, dann wird es langfristig einfach stabiler. Und wir sehen ja, wie die hier vernetzt sind, also kann ich mir gut vorstellen, dass da auch Potenzial ist, was die Nachfrage betrifft. Kommen wir zum Ripple XRP Update und das hat es heute wirklich in sich. Wir beginnen vielleicht mal mit diesem Artikel hier. In seinem Rechtsstreit mit der SEC hat Ripple Labs gestern einen sogenannten Letter of Supplemental Authority eingereicht, um seine Fair Notice-Verteidigung weiter zu stärken. Wie Rechtsexperten bereits vermutet hatten, bezieht sich das Schreiben auf die Entscheidung von einem Richter namens Michael Wilds, der sich auch um den Voyager-Konkursfall kümmert. Darin wies Richter Wilds die Forderung der SEC mit überraschend, in deutlichen Worten zurück, ein weiteres Argument zugunsten von Ripple. Wie das Anwaltsteam von Ripple in seinem Schreiben an Richterin Torres feststellte, hat ihr Kollege aus demselben Gerichtsbezirk, Richter Wilds, am 11. März 2023 eine Entscheidung getroffen, die die Verteidigung von Ripple XRP weiter unterstützt. Die SEC erhob Einwände gegen den Plan von Binance US, Voyager zu erwerben, mit der Begründung, dass der Voyager-Token VGX Aspekte eines Wertpapiers aufweist, kennen wir doch irgendwoher, ohne zu spezifizieren, welches diese Aspekte nun wirklich waren. Und gleichzeitig hat die SEC auch beanstandet, dass Binance US eine nicht registrierte Wertpapierbörse sei, ohne zu erklären, warum sie diese Ansicht eigentlich vertrat. Der Richter Wilds wies die Einwände der SEC zurück und genehmigte den Konkursplan. Also er hat sich gegen die SEC entschieden und hat Binance zugesprochen, dass sie das doch machen dürfen. Seine Urteilsbegründung stimmt mit vielen der Argumente von Ripple überein, wie aus dem Letter of Supplement Authority hervorgeht. Also, wir sehen, dass die Argumente, die Ripple hervorbringt, also bereits bei einem anderen Fall Früchte getragen haben und zugunsten in diesem Fall von Binance entschieden wurde. Es gibt auch noch weitere Gründe, warum der Kurs angestiegen sein könnte, denn am 21. März wurde berichtet, dass der XRP-Ledger einen deutlichen Anstieg an Nutzung erleben durfte und eine Ausbreitung des Liquidity-Hubs im Raum steht. Damit plant Ripple unter anderem, die Tokenisierung von Assets weiter voranzutreiben. Dazu zählt auch die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Abgesehen von diesem technologischen Update gibt es eben auch Erfolge im Rechtsstreit. So sagte Johnny Deaton in einem kürzig erschienen Tweet, dass er fest davon ausgehe, dass die zuständige Richterin Annalisa Torres zugunsten von Ripple urteilen werde. Grund dafür sei die Kritik des US-Richters Michael E. Wilds am grundsätzlich fehlerhaften Vorgehen der SEC bei der Behandlung von Kryptowährungen. Also es scheint fast so, dass der Richter jetzt vielleicht nicht unbedingt pro Ripple ist, aber zumindest erstmal Anti-SEC und damit hat Gary auch schon mal einige Probleme. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich die Richterin da beeinflussen lässt oder inwieweit sie dem Rechtsspruch von Wilds Folge leistet, aber es wirkt auf jeden Fall so, als würden die Zeichen ganz gut stehen. Es soll bis zum 31.03. diesen Monats ein summarisches Urteil gefällt werden, wenn denn eins gefällt werden kann von der Richterin. Vielleicht wird auch wieder alles verlängert, man weiß es nicht genau. Wovon man aber ausgehen darf und da wird auch gerade gemunkelt ist, dass es jetzt sehr, sehr zeitnah einen Entscheid gibt und ob der nun Ende März oder vielleicht auch erst im April kommt oder vielleicht auch erst die Wochen danach. Aber ich denke mal, wir können mit dem zweiten Quartal rechnen und auch die XRP-Wahle scheinen mit einem positiven Ausgang des Rechtsstreits zu rechnen, denn die Zahl der XRP-Wahle ist gestiegen. Großinvestoren horten 420 Millionen Token, wie Daten zeigen. Die größten Investoren erwarten vermutlich einen günstigen Ausgang des Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC und die On-Chain-Metriken von Sentiment zeigen 50 neue Wahladressen im XRP-Ledger, die 10 bis 100 Millionen XRP halten. Und ein weiteres spannendes Thema. Johnny Deaton geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Dokumente von der Hinman-Rede mit 75%iger Wahrscheinlichkeit veröffentlicht werden und der Öffentlichkeit eben zugänglich gemacht werden. Das kann natürlich negative Auswirkungen für die SEC und vor allem für Hinman haben, wenn herauskommt, dass er irgendwie käuflich war oder sich in irgendeiner Form hat breitschlagen lassen. Aber das kann natürlich auch indirekt oder auch direkt negative Auswirkungen für Ethereum haben. Nun können die natürlich nichts dafür, wenn Hinman sagt, was er sagt. Aber es kann natürlich sein, dass Gary, der sowieso davon ausgeht, dass alles außer Bitcoin ein Security ist, dass er dann vielleicht doch nochmal beide Augen öffnen muss, weil die Öffentlichkeit danach ruft und er eben auch nochmal Ethereum unter die Lupe nehmen muss bezüglich Security-Vorwürfen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und das Letzte für heute und das Spannendste meiner Meinung nach ist der gestern erschienene Post von David Schwartz um 11.22 Uhr. Es scheint so, als würde der Lichtschalter in meiner Garage nichts tun. Ich bin aus Versehen dagegen gekommen, wusste nicht genau, was jetzt passiert und habe ihn eine Stunde später wieder umgeschaltet. Seltsam ein Lichtschalter zu haben, der überhaupt nichts tut. Natürlich erzählt David Schwartz uns hier nichts von seinen Garagen-Erlebnissen, sondern das wird eine Anspielung sein an Flip of the Switch. Die XRP-Community weiß, was ich meine. Es gibt ja das Narrativ, dass irgendwann quasi der Schalter umgelegt wird und ab dann XRP und wahrscheinlich auch andere Isocoins Vollgas geben und nur noch eine Richtung kennen und zwar Richtung Norden und alles quasi ab einem gewissen Augenblick ausgelöst wird. Und ob er uns das hier nun unterhaltungstechnisch nur nahe bringt oder ob er uns damit sagen will, dass gestern oder sowas umgelegt wurde, da dürft ihr jetzt sehr gerne mal urteilen. Ich kann Darren auf jeden Fall bestätigen. Ich gehe davon aus, dass es wirklich der beste Tweet des Jahres war und er hat auch selbst darauf reagiert und da stand da unten so ein Meme. Ich weiß nicht mehr genau, was da abgebildet wird. Er hat es scheinbar gelöscht. Das bin ich, während ich mal wieder darauf warte, dass mein Anwalt mich anruft und mir sagt, dass ich den Tweet löschen soll. Also scheinbar gab es in der Vergangenheit schon einige Male, wo David irgendwas löschen musste, weil sein Anwalt ihm das geraten hat. Wer weiß, ob er wirklich ein Riddler ist oder einfach nur unterhaltsam sein will. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Update. Ich freue mich, euch heute Abend begrüßen zu dürfen bei Telegram oder bei Twitter. Da werden wir uns mal gemeinsam das Thema hier anschauen. Mal gucken, wie die Notenbank entscheiden wird und vor allem, wie die Märkte darauf reagieren. Ich werde jetzt mal die Stocks erhöhen. Also falls ihr Lust habt, schaut gerne heute schon im Shop vorbei. Ansonsten, wie gesagt, eine geile Osteraktion, die ich euch nächste Woche präsentieren werde. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen, stressarmen Tag und bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.